Ich mach noch 10 Minuten auf раньше Mann ich hatte es!! 10 Minuten sagst du? Okay Oh, also bis Viertel Ich hab auf die Ohren fallen runter Oh fuck Aaaaaaah Hast du weh ne? Kann ich jetzt nein sagen, weil du würdest mir dann glauben NEIN NEIN Schon bei dem letzten vom Jo, oder? Jaja Ach komm, halt doch dein Maul Okay, das geht nicht Manno Das zart du Die müssen mich sehr lieb Nach allem, was ich ihr antue Ich wurde schon sehr oft vergewaltigt Haha Trotzdem bleibt sie bei mir Weil sie angestöpselt ist, die kommt nie weg Lass mich frei In der Nacht dann Irgendwann stöpselt sie sich Da stöpselt sie sich Die stöpselt mich Ja genau Das hast du nur erfahren Das ist geil Oder die klappt auch so auf dir rum Jetzt hörst du mal wie das ist Schleifst so Und kriegst ne Breitseite ins Oh mein Gott, jetzt regnet das In 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 Was ist das? Was ist das? Geht der Regen weg? Ah, er ist wieder weg Die ganze Zeit Die ganze Zeit Falsch geschrieben gehabt Ach scheiße Denke ich mir auch Kannst du es schneiden lassen? Ja Mach mal schnell Nein, natürlich nicht Lass es schneiden Hallo, wer ist da? Wer schmatzt denn hier? Der jetzt machst du das? Äh nein Äh nein Äh nein Man Oh, ist seit langem mal wieder hier? Bei mir wird das ja nicht mehr angezeigt Was? Na Im Mantel? Ja Ich glaub er war ja mal richtig Komm ey und jetzt? Den Sprung jetzt Vergewaltigt rum Jawoll Scheißen Dreck Jetzt dann Kann man eigentlich dann speichern hier? Das war doch irgendwie Save all I don't know Ich save uns mal Oh endlich Da hab ich Dave geschrieben alter Save the world Was kannst du dann noch? Alter du kannst du hier nicht einfach die Ach scheiße Kill will ich haben So Hä? Bist du bei mir? Das gecheatet unten Oh Du Zeit Zeitzauberer Das war nice Scheiße Ich mach genau denselben Fehler Genau an derselben Stelle Alter Danke Jetzt fängt dich ins Knie Alter Okay chill chill Au Man kann's auch übertreiben Wirklich Immer diese aggressiven Menschen Fick dich David Oh Gott Ich dachte du ziehst das gleich durch jetzt ja Oh Du Dreckiger Wokon Ich bin alt Ich habe die stirbst in der Hölle Na 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 Wenn deine dreckigen Krippel schon wieder Ich mach gar nichts Ich hör sie doch wie sie hinter mir rumfuchteln Ach Der Pedo wäre auch fuck Halsi Aufhören Du hast nicht geschubst? Ne Gute Aufnahme Na da sehe ich meine Sicht Du hast mich nach hinten gezogen Ja Oh Gott ich muss gleich wieder niesen Ich habe dein T-Shirt gezogen Ah! 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 Ich will es hier noch schaffen! Oh! Ah! Oh! Gesundheit! Oh! Ich hab diesmal die Nase offen gelassen! Hä? Also im Mund! Ah! 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 Was fuchtelst denn du hinter mir? Ah! 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 Manchmal seh ich gar nicht ob ich falle oder nicht falle! Ach scheiße! Hm! Bitte nicht sprinten! Okay! Oh! Bitte nicht springen! So jetzt muss ich ja packen! Ach komm! Ach ne ich darf nie! Och! Oh ne Scheiße! Ich hab mich im Schlagen nochmal kontrolliert! Sonst wär das wieder runter gebrochen! Hm! Bist du ein bisschen lernfähig? Wahnsinn! Halt einmal du! Ja! Ah! Ja! Oh man! Ach du hast mich schon wieder geschobst! Ich steh denn überhaupt in der Nähe von dir! Ich steh denn überhaupt in der Nähe von dir! Das kann jeder sagen! Und weg hier! Ach scheiße! Ach scheiße! Du hast grad gesagt beim Black Ops ein Bogen! Hä? Ne! Oh ne! Oh ne! Tini bist du im Suchert! Ja! Oh ne! Oh ne! Oh ne! Oh ne! Oh ne! Himmelhautschutzwürden! Oh ja! Oh ja! Wie meinst du das sicher? Na versuchst du nochmal in so ne gute Position zu kommen dann? Ja klar! Wie wärs denn mal wenn du ein 2x weh drückst? Was? Viel verlangt! Oh fick dich doch! Da ist jemand Agro! 7! 7! 4! Oh hast du gesehen Alter? Ich jump hier wie ein junger! Gottkönig! Oh ich bin einfach ein... Okay! Wie du bei mir schon wieder nach hinten guckst Alter ist so freaky Alter! 7 ist unsere Zahl! Machst du bei mir aber auch manchmal! Ja das ist buggy! Aber noch manchmal! Oh vielleicht nicht! Und wenn wir die wiederbeleben hat er das Model noch nicht so richtig für den anderen! Oh jetzt schon wieder! Da hat man eben eventuell mal ein gebrochenes Genick! Das tut doch weh! Ach! Und ich hätte es das schaffen wir nicht! Ich war kurz vor dem Ziel! Ach war ich dort hinten? Ich war kurz vor dem Ziel! Ach! Ach! Oh fick doch die Henne! Ach! 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 Okay! Ach! B texture!